So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum kleinen Informationsvideo. Ja Leute, wie gesagt, ich wollte schon seit Tagen hochladen, hatte auch einen fertig produziert gehabt, ein Infovideo, aber das lohnt sich für, ja, das nicht mehr hochzuladen, deswegen hab ich gesagt, mach ich jetzt nochmal schnell ein neues. Was nur ganz kurz ist, ich wollte einfach nur sagen, dass ich jetzt ab morgen, ab Samstag, also ab morgen, hab ich, ja, Urlaub, wie gesagt, Urlaub hab ich ja schon längst, eine Woche, aber ab Samstag bin ich eine Woche weg in Dänemark, Leute, da braucht ihr euch eben halt keine Gedanken machen wegen Livestream oder sonstiges, es werden keine Livestreams kommen, eine Woche nicht, von Samstag bis Samstag nicht. Wenn keine Livestreams kommen, ich hab zwar für euch ein paar Videos vorproduziert und bin immer noch dabei, die letzten Videos fertig zu machen für euch und die werd ich dann in meinen Urlaub hochladen. Aber sonst müsstet ihr auch keine Videos jeden Tag erwarten, weil ich hab, nehm, glaub ich, nur vier oder fünf Videos, nehm ich mit und sieben Tage bin ich ja in Dänemark. Also nicht drauf hoffen, ich werd nicht jeden Tag eins hochladen, ich werd, glaub ich, jeden zweiten Tag eins hochladen, Leute, also nicht wundern. Und heute Abend kommt eben halt der letzte Stream für sieben Tage. Ich hoffe, ihr schaltet heute Abend alle ein und wird mich, wird mich auf jeden Fall mega, mega heftig freuen, wenn ihr alle dabei seid. Dann würd ich mal sagen, Leute, ihr wisst Bescheid, dass ich sieben Tage kein Livestream mach, dies und das, ihr wisst es. Ja, Leute, wir danken mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nachher im Livestream. Euer ModGDR19. Tschüssi, Kowski. Kowski, hein?